Verdammt! Ich bin nach Wasser billig versetzt worden. Wasser? Wasser was? Oh nein! Da war doch der Opa im Krieg! Ja, da hatte ich schlimme Erlebnisse. Und die trinken ein Zeug an der Mussel, das heißt, wie es schmeckt, fies. Äh, fies. Und die bitten einen Rock an und die haben eine Sprache. Da verstehst du kein Wort. Ganz schlimm. Ach Schatz, das wird schon werden. Hier, das kannst du da bestimmt gut gebrauchen. Na ja, eine Kippe zur Beruhigung. Können wir hören? Entschuldigung, können Sie mir sagen, wie ich in die Rüde Blocksberg komme? Ah, Box Birch. Ma jo, die fährt 500 Meter rauf, wieder aus. Und dann, du, rechts an der Kurve. Und da, auf der anderen Seite. Da sieht er das schon. Entschuldigung, sprechen Sie auch Deutsch? Ach so, du bist nicht von hier. Ma jo, du fährst 500 Meter runter, rechts rum. Auf der anderen Seite. Ja, siehst du schon. Na ja, wenigstens ist die Arbeit cool. Wie wär's denn, wenn wir mal eine Tour nach Trier machen? Nächste Woche ist doch die Betriebsfeier. Kommst du auch? Sicher. Herr Opa? Da je. Da je. Mir hätte weil gern Flieten, Kumpaschnitscher und Teerdisch. Jetzt hab ich überhaupt nichts verstanden. Ich bin selber erst aus Bayern hergezogen. Sie müssen schon gleich mit mir schmatzen. Jaaa! Na ja! Mann! Sauber! 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 Hallo Schatz! Nein, pack deine Sachen und komm hier hin! Heise Quant! Sauber! Sauber! Zeug.: Hann�